Okay, das war jetzt der fertig aufgebaute Sender, äh, Kerzwein-Sender von Stefan0719. Die Antenne ist das hier und das hier ist das Gegengewicht, beides 1,5 Meter. Ich habe jetzt mal einen Quarz drin mit 10 MHz, stellen wir einfach mal den PLL-Empfänger auf 10 MHz. So, da hören wir ihn auch schon. Okay, das war's. Okay, das war's. Genau. Jetzt kommen wir mal das 10 MHz Quarz durch ein 12 MHz Quarz tauschen. So. Genau, da ist er wieder. Der schwingt sich auch sehr schnell wieder ein durch das Quarz. Gut, dann haben wir hier noch 15 MHz Quarz. Jetzt tauschen wir einfach mal. So. 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 Und da ist er wieder. Musik 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 Okay now This is where the assemble